Ich glaube, dass viele ältere Trainerkollegen, die das viele Jahre machen, sagen, es gibt das Engagement nicht mehr in der Jugend. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Art der Ansprache eine andere sein muss und ist und die Wege, wie man jemanden auch motiviert, einfach komplett anders sind. Wie gesagt, Verantwortung ist so ein großes Wort. Manchmal ist es füreinander da sein. Etwas passender, dieses Wort. Ich finde es sehr schön, wenn Sportangebote für Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen werden. Ich fände es aber noch schöner, wenn bestehende Sportangebote inklusiver gestaltet werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mein Gefühl ist, dass wir als Sportverein mit unserem breiten Sportangebot, also nicht nur unsere zielgerichteten Reha-Sportangebote oder eben Club-Fitness-Angebote oder Fitnessstudio, dass wir im Gesamten schon auf dem Gesundheitsmarkt eine relativ große Rolle spielen. Wir haben mehr Freizeit. Die möchten wir natürlich dort verbringen, wo es Spaß macht. Und ich glaube, da ist ein Sportverein die richtige Adresse.